Da ist die eine Folge noch nicht mal ganz trocken, da nehme ich schon die nächste auf. Willkommen zurück, liebe Leute, Episode 318 von DaAndi Gaming Recap steht an. Warum so kurz danach? Naja, ich bin mal wieder im Zeitdruck, habe diese Woche zwar Urlaub, aber... Naja, jetzt während gerade im Hintergrund eine Folge für DaAndi, also für meinen Hauptkanal rendered, habe ich mir gedacht, nehme ich noch mal kurz die Zeit und nehme einfach hier die nächste Folge Recap auf. Wir starten mit einer teilweise gesperrten Folge LS22 Release Let's Play Folge 55. Wir haben Urheberrechtsverletzungen leider irgendwo bekommen. Wir können mal ganz kurz die Details anschauen. Content-ID-Ansprüche teilweise gesperrt, Monetarisierung ist natürlich nicht möglich, keine Auswirkungen in einigen Gebieten gesperrt, natürlich in Russland. und das macht mir aber nichts, weil ich mit YouTube eh kein Geld verdiene. Und von dem her ist es mir egal, ob da Musik dabei ist oder nicht. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so schlimm wie vor, ich sag mal, 10 Jahren, wo dann das Video einfach komplett überall gesperrt war, sobald da irgendwo nur 10 Sekunden Musik dabei war. Jetzt ist es zumindest so, dann kannst du es halt nicht monetarisieren. Ist mir aber egal. Soll sich jemand anderes damit ein goldenes Näschen verdienen? Wenn er meint. Wenn er meint. Portal Reloaded Episode 15 steht dann am Dienstag, müsste Dienstag sein? Ne, Montag, oder? Was ist denn das eigentlich hier? Ich kenne mich mittlerweile bei mir selber nicht aus. Das LS ist Sonntag, dann müsste das Montag sein. 21. Das ist Montag, genau. 15. Folge Portal Reloaded. Und ich müsste jetzt gleich nochmal lügen, aber ich habe jetzt auch nur noch nächste Woche hochgeladen. Ich werde heute oder morgen die nächsten zwei Wochen hochladen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Portal Reloaded. Ne, da haben wir noch ein paar Folgen. Ein paar Folgen haben wir noch. 18 Folgen sind es insgesamt. Folge 15 war das. Folge 56 dann in LS. Da sind es ja glaube ich irgendwie 77. Also wir nähern uns jetzt tatsächlich dadurch, dass wir jetzt doppelt so viele Folgen pro Woche bringen wie vorher. Nämlich zwei. Natürlich auch doppelt so schnell dem Ende dieser Staffel. Aber so viel sei gesagt. Holy shit. Es ist momentan eine andere Aufnahmesession. Ziemlich, also die ist so gut wie dabei diese Season zu überholen. Was Folgen betrifft. Die anderen Episodefolgen oder Staffeln, die dazwischen mal drin sind. Also vor allem Staffel zwei weiß ich. Das sind glaube ich nur sechs Folgen gewesen oder so. Lassen mich lügen. Sechs oder maximal acht. Staffel drei war dann wieder ein paar mehr. Und jetzt Staffel vier ist gerade am exploden. So viel kann ich euch schon mal sagen. Genau. Aber jetzt sind wir eben noch bei Staffel eins Release Let's Play. Und das kommt bei euch nach wie vor gut an. Deswegen bleibt ihr da dabei. Es kommt noch einiges an geilen Shit. Das kann ich euch sagen. Dann haben wir noch Modern Warfare 2 Episode 120 Bad Time. Ne fucking halbe Stunde habe ich da diesmal für euch. Und zwar ein einziges Gameplay ist das auf Rust. Wir spielen Rust genauso schaut es aus. Und wir sind der Beste in unserem Team. So viel sei gesagt. Und es läuft eigentlich ganz gut. Hier mit Apache und sonst noch was. Aber ja Rust gehackte Lobbylog versteht sich von dem her natürlich nicht immer so von Vorteil. Und ich bin mir nicht sicher. Aber gerade eben habe ich eigentlich noch meinen Staubsaugerroboter gehört. Und jetzt hat er sich auf einmal verkrümmelt. Da muss ich jetzt dann gleich mal nachschauen. Deswegen machen wir ganz kurz die Wahl fertig. Let's Play Deaths. Let's Play. Ah ne jetzt höre ich ihn wieder. Ah ja. Let's Play Deaths 2 Episode 18 Leute. Ähm knapp 18 Minuten auch die Folge an Dauer. Gebt dem Ganzen eine Chance. Macht Spaß. Ähm. Und ist ein geiles Game. So viel sei gesagt. Und das muss man mir auch mal glauben. Und what the fuck ist mit der letzten Recap Folge passiert sehe ich gerade. Also mit der von vorletzter Ruf 316. 50 Aufrufe. Ist ja Wahnsinn. Der Kanal hier der wird ja noch. Der wird ja noch richtig durch die Decke gehen. Mr. Beast kann sich warm anziehen. Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein oder schau da rein. Bei meinem neuen Video. Auch drüben auf meinem Hauptkanal. Bis dahin. Tschaußen.